Kamel Bussatil, genannt Ilbutsu, gilt als bisher bedeutendster Fußballspieler Maltens. Er war Mittelfeldspieler und bestritt 113 Spiele für die Nationalmannschaft. Nach seinem Karriereende als Fußballspieler wurde er Fußballtrainer. Karriere Der Stürmer begann seine Karriere bei Rabat Ajax FC, wo er zweimal die Maltesische Meisterschaft und einmal den Pokal gewann. Nach einem Jahr in Italien bei Asverbania spielte er sechs Jahre in Belgien bei KRC Genk, vier davon als Kapitän, und war in Dreisesus bester Torschütze des Vereins. In insgesamt 183 Partien für die Genka erzielte er 57 Tore. Er war der erste Malteser, der es in eine europäische Toplige geschafft hatte. Im Jahre 1990 schaffte er sogar den Aufstieg in die erste Liga. Sie konnten die Playoffspiele für sich entscheiden. 1994 kehrte er nach Malta zurück und spielte von da an für die Slimer Wanderers. 2002 beendete er seine Karriere. 2003 wurde er zum Golden Player Maltas, zum bedeutendsten maltesischen Spieler der letzten 50 Jahre gewählt. Mit 23 Toren, die er in 19 Jahren und 111 Spielen in der Nationalmannschaft erzielte, hält er den maltesischen Rekord. Er wurde zudem zweimal zu Maltas Fußballer des Jahres gewählt und war der erste Malteser, der die Marke von 100 Länderspielen erreichte. Karriere als Trainer Nachdem er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde er Fußballtrainer an maltesischen Privatschulen. Zusätzlich trainierte er auch kurzzeitig die Mannschaften St. Lucia FC und Pieti Hotspurs. Dann eröffnete er seine eigene Fußballschule, die Uzu Football School, und war zwischenzeitlich Assistent von Nationaltrainer Horst Hese. Er war auch zuständig für die U23-Auswahl. Titel und Erfolge Maltesischer Meister 1985-1986-1996 Maltesischer Pokalsieger 1986-2000 Maltesischer Supercup-Sieger 1985-1986 Belgischer Zweitligameister 1990 Fußballer des Jahres in Malta 1983-1986 Siehe auch UEFA Jubilee 52 Golden Players Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen Cube